Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr an den blauen und damit vorletzten Edelsteinen herankommt. Und zwar müsst ihr in der Gebirgsregion mindestens einen verbündeten Rang von 50 Prozent haben, um mit dem dortigen Chef Leo sprechen zu können. Wenn ihr dies tut, wird dieser euch die Friedhofspforte öffnen, so dass ihr diesen betreten könnt. Wenn ihr diesen betretet, werdet ihr direkt wieder in Empfang genommen von diversen Geistern. Also seid da gut vorbereitet, denn die können einiges ab. Das ganze geht wieder vier Runden und es werden mehr und mehr Geister. Also seid auch hinsichtlich der Ausbaustufe eurer Kampffähigkeit gut geskillt, so dass euch die Geister nichts anhaben können. Wenn ihr das geschafft habt, dann erhaltet ihr den blauen Stein und könnt diesen im Tempel einlösen. Und das war's dann im Grunde auch schon. Also fröhliches Gemetzel. Viel Spaß! Musik Musik Kans cap Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.